Kulturwoche 50! Wir nähern uns mit großen Schritten der Weihnachtszeit und mit uns auch die Gebrüder Krim mit Jorinde und Joringel. Zu sehen! Dienstag und Mittwoch, 12. und 13. 12. Eli Bauer ist mehr als überdurchschnittlich. Geh hin und lies über schnurchtittlich. Und genau das beweist sie auch in ihrem neuen Programm. Am Mittwoch, 13.12. Der blonde Engel verzaubert mit seinem Programm L-D-L-S-U-M-E-B-T-A-D-I-O Lieder, die lustig sind und manchmal auch ein bisschen traurig. Aber das ist okay. Mit seiner Stimme, seinen Liedern und sicher auch seinen optischen Reizen. Am Donnerstag, 14.12. im Kleinentheater Salzburg Mitterbachkirchen von Peter Bleikner kehrt am 15.12. zurück auf die Bretter unseres wunderbaren Hauses. Erleben Sie diese bitterböse Komödie! Am Samstag, 16.12. wird es nicht weniger böse in... Kunst! Kunst! Die Komödie von Jasmina Reza. Wir enden unsere Woche am Sonntag, 17.12. mit... Der schnöden Bescherung, die uns vor allem viel Freude beschert. Oh, oh, oh! Es ist ein Rossentsprung! Merry Christmas!